Wollen wir los? Hey, ich bin Beri Wunderlich aus Saalfeld in Deutschland. Schön, dass mein Foto beim Agora Wasserwettbewerb 2019 dabei ist. Das Foto ist entstanden letztes Jahr in Island am Skogafoss. Der Wasserfall war ein Highlight auf unserer Tour. Vorne am Wasserfall ist es sehr nass, aber jeder will dort ein Foto machen. Der Skogafoss ist übrigens 25 Meter breit und 60 Meter hoch. Wenn es euch gefällt, könnt ihr es gerne boden. Würde mich freuen. Vielen Dank und viele Grüße.